Jetzt ist das Thema klar, soeben haben die Entwickler einen kleinen Teaser zum insgesamt zehnten Erweiterungspack für Die Sims 4 veröffentlicht, über den ich in diesem News-Video sprechen möchte. Es ist soweit, ganz frisch lässt sich auf dem offiziellen YouTube-Kanal der Sims eine Videopremiere für morgen um 17 Uhr auffinden, in dem es dem Vorschaubild nach zu urteilen um neue Winteraktivitäten für die Sims gehen wird. Das Bild zeigt neue Aktivitäten wie Schlittenfahren, Wandklettern und Snowboarden. Bei genauerem Hinsehen erhält man ebenfalls einen kleinen Hinweis auf die neue Welt, welches mit diesem Pack ebenfalls geben wird. Hier lassen sich asiatisch angehauchte Häuser erkennen, unsere Sims werden also auch in einer asiatisch inspirierten Nachbarschaft namens Mount Comberi im Schnee herumtollen können. Auf Englisch wird das Pack Snowy Escape heißen, mehr Informationen und den passenden Trailer gibt es dann morgen. Übrigens, dieses Pack wird es ebenfalls wieder bei Instant Gaming geben, bei denen ihr auf viele Sims 4 Packs ordentlich sparen könnt. Schaut mal in der Beschreibung vorbei, wenn ihr mich unterstützen wollt. Was denkt ihr über das neue Thema und freut ihr euch auch schon so auf die morgige Ankündigung? Ich werde euch natürlich ebenfalls nochmal mit allen wichtigen Infos hier zu versorgen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Also dann, bis zum nächsten Video.